Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming Freunde, jetzt sind wir wieder bei Goody Games News and more, endlich Freitag, endlich Wochenende, endlich Zeit für Gaming News. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und habe für euch heute folgendes mitgebracht und zwar PS4 kommt bald das nächste Update auf die Version 2.0.1, wir unterhalten uns über The Witcher, über Evolve, The Crew, GTA 5 und Mass Effect, das sind die Themen für heute, ich hoffe ich habe wieder einiges interessantes für euch dabei und wünsche euch ganz viel Spaß. Starten wir mal mit der PS4, es gab ja letztes das Update auf die Version 2.0 mit dem Share Play Feature. Problem ist nur wirklich bei vielen Leuten, dass jetzt momentan der Standby Modus nicht mehr so funktioniert wie er soll und viele Konsolen wirklich dann nur noch niederzubeleben sind, indem man den Stecker zieht, ist natürlich nicht so schön und deswegen rät Sony jetzt offiziell wirklich davon ab, den Schlafmodus zu nutzen, sondern die Konsole halt wirklich einfach direkt komplett herunterzufahren. Klar, ist doof, der Controller wird nicht weitergeladen und solche Geschichten, aber das wird alles mit Update 2.0.1 behoben, was dann bald kommt. Ja, ihr kennt es schon bei Sony, bald bedeutet, ja, irgendwann, also irgendwann wird es ein Update 2.0.1 geben und dann könnt ihr auch den Schlafmodus der Sony Playstation wieder benutzen. Ist ein bisschen schade, dass das momentan nicht möglich ist, aber so ist es leider. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Feature und zwar SharePlay. SharePlay hat Sony angekündigt als Parsec Controller. Also, gib den Controller an deinen Nachbarn, der neben dir auf dem Sofa sitzt. Das ist der Hintergedanke hinter SharePlay, dass ihr also einfach wirklich das nutzen könnt, als wäre derjenige neben euch. Und jetzt auf einmal, Call of Duty Advanced Warfare geht nicht mit SharePlay. Und warum nicht? Ja, die offizielle Begründung dahinter ist, damit nicht irgendwelche Sachen verraten werden, also, entschuldige, ist doch jetzt egal, wer von beiden es spielt, ob es mein Freund spielt oder ich spiele, da irgendwelche Spoilersachen, die dann im Internet veröffentlicht werden, also das ist totaler Humbug, diese Ausrede. Wofür dieses Zensieren jetzt letztendlich wirklich da ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt auf alle Fälle nur, den Absatzheim von Call of Duty kommt es wohl auf alle Fälle zugute, wenn das komplette Spiel zensiert ist, weil die haben halt einfach nicht Teile des Spiels zensiert, sondern das komplette Spiel zensiert, sodass ihr es nicht über SharePlay nutzen könnt, ist bei Call of Duty Ghosts übrigens dasselbe. Können wir bei Activision mal nachfragen. Ich denke mal einfach, die haben keinen Bock, die Kampagnen sind relativ kurz, möchte jemand nur die Kampagne spielen, kann er das relativ gemütlich über SharePlay machen. Ein paar Mal neu gestartet, das Ding läuft ja immer eine Stunde und schon hat er die ganze Kampagne gespielt, hat kein Interesse am Multiplayer und lässt das Laden, lässt das Geschäft im Laden, lässt das Spiel im Laden liegen, so lässt das Spiel im Laden liegen, also das ist wohl der Hintergedanke und deswegen kann man zensieren, aber tut mir leid, auch Sony, sowas muss irgendwo mal angekündigt werden, weil ihr sagt, pass the controller und das ist kein pass the controller, weil wenn ich meinem Kumpel auf dem Sofa neben mir den Controller in die Hand drücke, dann geht sich das Spiel plötzlich aus, weil es zensiert ist. Ist ja schade, dass solche Funktionen immer wieder eingebaut werden, wahrscheinlich auch teilweise auf Druck der Publisher. Ein bisschen mehr Transparenz wäre da wirklich schön und diese fadenscheinige Begründung mit Spoiler-Gefahr, weil Sachen veröffentlicht werden, ist ja totaler Humbug, aber das wissen die selber, aber so hört es sich halt schöner an. Dann kommen wir zum Publisher, den ich wirklich mag. Ich meine, wir haben auch schon Negatives gehört, über CD Projekt auf jeden Fall, mit dieser Crunch-Time damals, die schon seit einem Jahr bestehen soll, dass also die Jungs wirklich nie nach Hause dürfen und rund um die Uhr am Programmieren sind, um The Witcher 3 pünktlich fertig zu haben. Aber CD Projekt ist schon oft mit positiven Nachrichten aufgefallen und auch jetzt wieder, sie haben angekündigt, für The Witcher 3 wird es insgesamt 16 DLCs geben, natürlich wie bei CD Projekt gratis. Das haben sie schon immer gesagt, sie sehen nicht ein, für DLCs Geld zu nehmen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Einstellung. Sie sind damit natürlich absolut branchenfremd, weil das macht irgendwie keiner. Nein, aber sie sagen, also klar, die ersten DLCs werden ja nur irgendwelche Kostüme sein oder sonst was, aber ich meine, Activision EA, die würden sofort schöne Mikrotransaktionen einführen. Nein, CD Projekt sagt, es gibt 16 DLCs und die sind allesamt gratis und es wird keine Kostenpflichtigen geben. Das haben sie schon immer gesagt, da halten sie sich dran. Und bei den DLCs natürlich keinerlei Exklusivität. Die kommen überall auf jeder Plattform zum gleichen Zeitpunkt. Das finde ich klasse. So ist das wirklich schön. Und nur weil die Xbox One Version halt zusätzlichen Kartendeck oder was das war, halt ein bisschen physikalischen Content bekommt beim Verkauf, das finde ich jetzt also nicht irgendwie jetzt anrüchig. Da muss ich sagen, CD Projekt, von mir habt ihr wieder den Daumen hoch, weil so eine Politik, die kann ich nur befürworten. Weiter geht's mit Evolve. Da war ja nun das Big Alpha Wochenende. Ich muss sagen, fand ich super, fand ich schön, aber mich hat das enttäuscht. Das hat, glaube ich, auch viele andere enttäuscht. Evolve hat für mich ganz, ganz große Vorschlusslorbeeren gehabt, auf jeden Fall. Ich denke, dass das Spiel auch einen Wahnsinns Spaß macht, wenn ich ein Viererteam habe. Wenn ich also wirklich vier Leute habe, die A, ihre Klasse spielen können und B, sich untereinander wirklich vernünftig absprechen. Weil die ganzen Fertigkeiten der einzelnen Charaktere sind so stark aufeinander abgestimmt, dass nur einer wirklich viel schlagen muss und schon ist man wirklich gefressen fürs Monster. Auf jeden Fall. Da muss wirklich jeder seinen Job richtig beherrschen. Dann hat man das Monster eigentlich wirklich down. Der Monsterpart selber auch irgendwie so eine Sache. Tiere fressen, Tiere fressen, verstecken, Tiere fressen, verstecken. Bis ich endlich Stufe 3 bin und dann es den Jägern richtig zeigen. Also das ist irgendwie... Mehr Gameplay kam dabei nicht rüber. Gut, es ist Alpha und es war nur ein Wochenende. Es ist ganz schwer, das zu sagen. Es sah toll aus. Es sah ganz, ganz toll aus auf jeden Fall. Es macht bestimmt auch kurzweilig Spaß. Aber wie lange? Das sieht nach relativ kurzen Zeit aus, dass da irgendwie Langeweile ausbricht. Relativ kleine Maps, wo man dann halt wie gesagt zu viert rumrennt, das Monster sucht. Irgendwann in Phase 3 hat man es am meisten erst gefunden, weil sich das wirklich sehr, sehr gut verstecken kann. Dann kommt der Endkampf und das war die Runde. Ich weiß es nicht. Also Langzeitmotivation sehe ich da leider wirklich überhaupt gar nicht. Ich bin noch gespannt. Vielleicht kommt ja noch mehr. Aber selbst mit weiteren Spielmodi weiß ich nicht, wohin sich das da großartig entwickeln soll. Wäre ja schön. Ich meine, das Spiel hat wie gesagt wirklich ganz viele Preise schon abgesahnt mit Erwartungen. Aber nicht mit wirklich Fakten. Und die Fakten, die müssen erst noch kommen. Ich muss sagen, das Big Alpha Wochenende für mich persönlich eine Enttäuschung. Viele haben es auch gefeiert. Aber ich glaube, die Enttäuschung hat bei den meisten dann doch überwogen, dass einfach zu wenig da ist, was man machen kann. Und halt wie gesagt, man muss sich zu viert 100% aufeinander abstimmen. Weil ansonsten ist man wirklich gefressen. Und das ist schade, weil so sind diese Pick-Up-Runden, die man so in Call of Duty oder sonst wo irgendwo macht, einfach irgendwie gar nicht möglich. Ich lasse mich einfach mal überraschen und ihr euch genauso, was dann nächstes Jahr dann auch von zukommen wird. Vielleicht ändert sich bis dahin noch ein paar Sachen am Spielprinzip, die mir jetzt irgendwie nicht klar waren. Ich kann es nur hoffen. Wo wir schon mal in Enttäuschung sind, The Crew. Ich bin endlich in der Beta. Ja, wirklich. Ich habe gestern meinen Beta-Key bekommen. Natürlich gestern nichts anderes gesagt, als The Crew gezockt. Und ich hoffe, da wird sich noch viel tun. Klar, man darf von der Beta nie auf das finale Produkt schließen. Ist ganz, ganz logisch. Aber die Grafik ist grottig. Die Grafik ist grottig, die Physik ist durchschnittlich. Mehr kann ich dem nicht gegen. Man darf da sowas nicht mit einem Drive Club oder mit einem Forza Horizon von der Grafik vergleichen. Auf gar keinen Fall. Da ist Forza ein Oberhammer an Grafik dagegen, während The Crew auch auf A360 laufen könnte oder auf einer anderen Last-Gen-Konsole. Da ist wirklich nicht wahnsinnig viel, was da grafisch rausgerissen wird. Die Fahrphysik geht okay, sage ich jetzt mal. Für einen Arcade Racer ist es absolut in Ordnung. Das fühlt sich gut genug an. Ob die Unterschiede zwischen den einzelnen Autos und Klassen gut genug da sind, das kann ich leider noch nicht sagen. Dazu muss ich noch ein bisschen mehr zocken. Das werde ich dann nächste Woche euch erzählen können. Das habe ich gestern alles nicht herausfinden können. Aber das Ding ist wirklich auf Koop ausgelegt. Das ist auf Koop-Play ohne Ende ausgelegt. Selbst wenn ihr in irgendeine Mission startet, die erste Option, die ihr habt, Koop. Und danach unten drunter ist als Singleplayer diese Mission zu machen. Also es ist wirklich ganz, ganz viel auf Koop, auf Vernetzung ausgelegt. Und das finde ich natürlich super. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und die Welt ist riesengroß. Ihr habt verflucht viel zu tun. Ihr fahrt irgendwo eine Straße lang und steckt auf einmal mitten in einer Waldsprung-Challenge oder in einer Slalom-Challenge. Das ist wirklich klasse gelöst. Ihr nehmt das Ding nicht mal an. Ihr fahrt nur mit dem Punkt drüber und bub, seid ihr in der Challenge. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Wie ihr euer Auto modifizieren könnt. Vom Aussehen her. Was da alles möglich ist. Von Reifen, Felgen, Aufklebern, Lackierung. Alles super. Wirklich richtig klasse. Da sage ich übrigens dann auch, ach scheiß auf die Grafik. Dann ist er halt nicht so toll. Mir haben die Spiele auf A360 auch Spaß gemacht. Also wirklich, das ist das, was ich da denke. Ich glaube, es kann ganz viel Spaß in The Crew stecken. Klar, gestern irgendwie auch dann in der Beta ein bisschen Serverprobleme. Konnte ich also nicht herausfinden. Ich habe also einmal eine Koop-Mission gemacht. Zu zweit nur. Das war alles, was möglich war. Daher kann ich also auch da noch gar nicht auf Weiteres schließen. Ich hoffe, dass ich da jetzt so ein bisschen mehr Multiplayer-Erlebnis komme. Auf alle Fälle ist genug zu tun. Es ist eine typische 0815-Story dahinter, aber was will man beim Rennspiel auch schon machen. Die geht in Ordnung. Man arbeitet für das FBI, Undercover und so weiter. Ich meine, das kennen wir aus tausend anderen Spielen. Da gibt es keine Überraschung, aber wofür auch. Es geht ums Rennen selber, um den Fahrspaß, um das gemeinsame Bilden einer Crew und so weiter. Und da kann wirklich noch ganz viel Spaß drin stecken. Da bin ich ganz gespannt. Es soll ja schon im Dezember kommen. Vielleicht wird es durch die Beta eventuell nochmal verschoben. Könnte auch möglich sein. Aber auf alle Fälle weiter ein Auge drauf werfen. Und ich hoffe, dass ich euch einfach hier nächste Woche dazu dem Thema mehr erzählen kann. Dann, wer es bei mir am Mittwoch schon gehört hat, Mittwoch gab es ja wieder die Xbox Gaming News. Da habe ich natürlich GTA 5 wieder mitverarbeitet. Und ich will es hier nochmal sagen. First Person GTA sieht mega geil aus. Es gab jetzt wirklich eine ganze Menge Trailer im First Person, im Hubschrauber, im Auto und so weiter und so fort. Und das ist wirklich richtig geil gemacht. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie das alles ausgesehen hat, auch als First Person Shooter. Also da hat sich GTA nochmal wirklich richtig neu entwickelt. Und da ist es dann auch gerechtfertigt nochmal den vollen Preis zu nehmen. Die Grafik ist bombastisch aufgebohrt. Das, was alles passiert in den Straßen, auf den Straßen und so weiter, ist mächtig aufgebohrt. Und dazu, wie gesagt, noch die First Person Perspektive. 30 Leute, Multiplayer und so weiter und so fort. Also da gibt es mehr als genug Gründe dazu zu schlagen. Selbst dann, wenn man es schon auf den alten Konsolen hatte. Selbst dann ist es auf alle Fälle Einblick wert auf den neuen. Ja und dann Mass Effect. Aaron Flynn, das ist der Chef von BioWare, Edmonton und Montreal. Genau, da ist er Chef, der Junge. Und der wurde auch nochmal befragt, wie es denn aussieht mit einem Remaster zu Mass Effect. Und er ist definitiv nicht abgeneigt. Hat aber auch gesagt, er wünscht sich davon den Spielern, was sie sich wünschen. Es gibt zum Beispiel so Sachen, dass sie sich wünschen, dass das Mass Effect 1 Gameplay mehr an Mass Effect 3 angepasst wird. Da sagt er, das ist eine Sache, die geht gar nicht. Nicht, weil es einfach viele gibt, die die Serie lieben, so wie es bei Mass Effect 1 war und nicht wie bei 3. Und sowas wäre auf gar keinen Fall. Klar, grafisches Update, das wäre eine super Geschichte. Da wartet er wirklich noch weiter auf Feedback von Fans, was sie denn erwarten von einem Remastered Mass Effect. Und das würde mich auch nicht interessieren. Ich meine, Mass Effect, wenn ihr Fan seid, schreibt mal bitte unten rein in die Kommentare, was würdet ihr euch wünschen. Also ich stehe absolut auf Mass Effect und Remastered wäre für mich super, seine Geschichte auf jeden Fall. Mir würde es vollkommen reichen, in aktueller Grafik Mass Effect 1 einfach in einer heutigen Grafik zu sehen. Vor allem in einer current Gen-Grafik, also sprich Xbox One, PS4 Niveau, da Mass Effect 1, 2 und 3 nochmal zu erleben mit allen DLCs eingebaut. Das ist das, was mir schon komplett reichen würde. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Das würde ich auf alle Fälle kaufen. Vielleicht das Ganze noch so extrem geil miteinander eingearbeitet, wie es jetzt bei Halo, der Master Chief Collection ist, dass man wirklich direkt innerhalb hin und her springen kann von Mass Effect 1 zu 2 zu 3 und so weiter. Das wäre eine ganz tolle Geschichte. Aber auf alle Fälle, ich hoffe, dass meine News noch rechtzeitig online ist, weil um 19 Uhr gibt es nämlich dann auf twitch.com slash bioware gibt es ein Dev-Round-Table zu der Zukunft des Franchises. Da werden die Entwickler sicherlich darüber enthalten, wohin soll sich Mass Effect entwickeln. Er hat schon angekündigt, wir brauchen nicht zu hoffen, dass es da irgendwie eine Ankündigung wegen einer Remastered-Version gibt. Das nicht. Es wird rein darüber gesprochen, wohin soll Mass Effect sich entwickeln. Das ist also heute ab 19 Uhr auf Twitch. Und wie gesagt, ich hoffe meine News vor 19 Uhr, damit ihr da auch noch rechtzeitig einschalten könnt. Und wenn nicht, dann werde ich es euch einfach nächste Woche erzählen, was die Jungs denn da um 19 Uhr alles auf den Tisch gebracht haben, wo Mass Effect vielleicht hingeht. Einiges haben wir ja schon bisher gehört. Und Mass Effect muss einfach weitergehen. Ja liebe Leute, das waren sie schon wieder. Das waren die News zum Wochenende. Ich hoffe wieder alles viel Interessante für euch dabei war. Wenn ihr so war, denkt dran, den Daumen hoch, ein Klick auf den Abo-Button. Das sind die Sachen, die mir helfen. Schreibt auch unten rein, wenn euch die News gefallen haben. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, auch das alles unten rein in die Kommentare, damit ich mit euch zusammen einfach hier das Format weiterentwickeln kann. Ich kann nur sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu meinen Xbox One News. Am Mittwoch kommt dann schon wieder die nächsten oder einfach nächste Woche hier zu den allgemeinen PC und PS4 Gaming News. Ich sage so long und goodbye. Keep gaming. Euer Godi. Ah shit. Ja, let's... Du bist geflohen. Okay. Ich wollte eigentlich hier ruhig springen. Genau, das war mein Ziel. So, ein Kopf zum Platz gebracht. Noch ein Kopf zum Platz gebracht. Ihn hingerichtet. Perfekt. So muss das laufen. Ah, das ist eine Gift-Cars-Folge da. Wo willst du denn hin, junger Herr? Wo willst du denn hin? Ich spiele auch hier gerade mit dir. Ja, da bist du doch schon halb dauernd. Also beim Klingelhaken funktioniert wirklich richtig hervorragend. Jetzt kann ich dich ja schon verhören. Das ging fix, oder? Die Leute sind immer so groß zu sein. Töten. Da gab's ja keine... Dлуfe... Däまで leer. Däen. Dänen. i.